Im Konzentrationslager Dachau haben Vertreter zahlreicher Religionen für Frieden und Versöhnung in der Welt gebetet. Mit einem gemeinsamen Schweigemarsch gedachten die Teilnehmer anschließend der über 200.000 Ermordeten im KZ. Mit dabei Überlebende des Holocaust. Das ist ein gutes Zeichen, zumal der Rassenhass und die Intoleranz weit verbreitet sind. Und ich glaube, das Zusammentreffen der verschiedenen Religionen könnte dabei behilflich sein, die anderen Religionen auch kennenzulernen und den Hass zu etwas zu reduzieren und die Vorurteile. Der französische Kardinal Rocher Echegare kam im Auftrag des Heiligen Stuhls nach Dachau. Er appellierte in seiner leidenschaftlichen Rede vor allem an die Jugend. Sie seien die Verantwortlichen für eine friedliche Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017